Hallo ihr Lieben! Es ist schon ziemlich viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Video gepostet habe, aber es war einfach extrem viel los und krank waren wir alle und ja, pfff, da vergehen dreieinhalb Wochen schon extrem schnell. Heutiges Thema des Videos ist das Abstellen. Finally! Wir haben abgestillt und zwar letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das heißt, sie ist zu dem Zeitpunkt 16 Monate alt gewesen, korrigiert 15 Monate alt. Ich wollte euch jetzt erzählen, wie es uns damit gegangen ist, was der Unterschied ist zwischen dem Abstellen mit ihr und dem Abstellen mit meinem ersten Kind und ja, viel Spaß bei dem Video! Es war schon so, wir haben ja schon seit dem Umbau versucht, in der Nacht sozusagen zuzufüttern beziehungsweise die Stillmahlzeit mit einer Milchmahlzeit zu ersetzen. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Manche meinen, sie brauchen in der Nacht gar keine Flüssigkeit mehr. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Hannah in der Nacht sehr wohl noch Hunger beziehungsweise Durst hat und deswegen haben wir das ersetzt. Und ich wollte, dass sie entspannt schlafen kann und wenn sie in den ersten zwei Minuten oder so kein Fläschchen haben will, dann habe ich sie trotzdem gestillt. Also ich habe sie nicht gezwungen dazu oder ähnliches. Ich wollte einfach versuchen, ob es möglich ist, sie das rauszuzögeln. Das Ganze hat mir sehr viel geholfen, weil ich nicht diesen Druck hatte, sie effektiv jetzt abzustellen. Und das war für uns beide sicher die bessere Variante. Dann gab es Auf und Abs, so wie mit dem Schlafen. Manchmal ist sie jede Stunde gekommen, es war extrem mühsam. Dann hat sie es geschafft, zweieinhalb bis drei Stunden am Stück zu schlafen. Ja, auch das ist nicht sehr viel. Aber naja. Und irgendwann mal waren wir bei, in der Nacht, drei Fläschchen, wobei nicht drei ganze Fläschchen, sondern zwischen 100 und 150 Milliliter pro Fläschchen mit mittlerweile zweier Milch. Also war es zuerst, dann hat mein Mann versehentlich, oder ich weiß nicht, ob es versehentlich war, eine Zweier Milch gekauft. Und ja, dann haben wir sie jetzt einfach auch verbraucht und benutzt. Ich bin zwar nicht so der Fan davon, weil ich weiß, dass da mehr Stärke und mehr Zucker drinnen ist. Aber in der Relation und dadurch, dass wir es sehr strecken, ist es in Ordnung und so machen wir es einfach. Zudem hatte ich vorletzte Woche ganz spontan die Möglichkeit, doch noch auf ein Firmware-Event mitzufliegen, und zwar letzten Mittwoch. Also ich hatte ungefähr nur eine Woche Vorbereitungszeit und war etwas nervös, wie das mit dem Abstillen funktioniert, beziehungsweise ob es funktioniert, dass wir vielleicht Dienstag in der Nacht noch stillen und dann den Mittwoch auslassen, wenn mein Mann sich um die Kleine kümmert, und dann am Donnerstag wieder stillen. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn es funktioniert die eine Nacht ohne gröbere Probleme, dann werden wir es einfach nutzen, um abzustillen. Und ja, genau so war es dann im Endeffekt. Wir haben die Nacht zuvor, also von Dienstag auf Mittwoch, wieder extrem viel gestillt, meiner Meinung nach, und ich hatte wirklich Sorgen, dass es dann nicht funktioniert. Aber zum Glück war das anscheinend nur, weil wir beide ein bisschen krank waren, und ja, wir waren einfach extrem erledigt, und dann habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt achtmal aufwache in der Nacht, lasse ich sie einfach am Busen weiterschlafen. So war es dann auch. Und Mittwoch bin ich in der Früh dann geflogen. Mein Mann war Gott sei Dank zu Hause, weil die Kids waren beide krank, und ich war auch extrem krank. Ich habe für meine Firma auch ein Trip-Video gedreht, und ja, war ganz lustig. Und ich konnte mal effektiv acht Stunden schlafen. Ich musste dafür nach Berlin fliegen, damit ich mal acht Stunden schlafen kann. In den letzten 16 Monaten ist es leider nicht so erfolgreich gekommen, also gar nicht. Und ja, jetzt bin ich nach Berlin geflogen, um Mitternacht war ich dann im Hotel. Vorraten wir noch ein Event, und dann habe ich von Mitternacht bis acht Uhr morgens wie ein Stein geschlafen. Und es war viel zu schnell vorbei, aber es war wirklich toll und angenehm. Und ich hatte zwar ein bisschen Bedenken, aber ich vertraue meinem Mann, und er hat das wirklich ganz toll gemeistert mit beiden Kindern alleine und war sehr unterstützend und hat sie auch im Arm gehalten. Und am Ende haben sie dann zu zweit in unserem großen Bett geschlafen. Und es war total super. Und das beruhigt mich auch extrem, dass ich einen Partner habe, der mich so unterstützt. Also es hat gut funktioniert. Und als ich dann am Donnerstag Nachmittag nach Hause gekommen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass meine Brust irgendwie spannt. Das wäre für mich das erste Indiz gewesen, dass ich jetzt langsam stillen müsste, weil ich habe dann schon über 24 Stunden nicht mehr gestillt. Das war es überhaupt nicht. Ich hatte weder Schmerzen noch sonst irgendwas. Im Endeffekt hatten wir ja dann nur noch gestillt zwischen drei Uhr morgens und sieben Uhr morgens, so in diesem Dreh. Und auch das nicht permanent, obwohl es mir schon zuvor gekommen ist, aber sie hat ja dann auch Fläschchen dazwischen bekommen, um das ja zu kompensieren. Und das hat super funktioniert. Und ich dachte auch, die nächste Nacht, wenn ich dann wieder neben mir schlaufe, wird es ein bisschen heftiger, aber überhaupt nicht. Ich habe einen Pullover angehört, vorne auch zu war, um es mir selber ein bisschen schwerer zu machen, damit ich nicht wieder in die Situation komme, dass ich sie einfach aus Müdigkeit wieder ranlasse. Und sie hat nur zweimal ganz kurz geweint. Und da spreche ich jetzt wirklich von maximal eine Minute. Und dann frage ich sie immer, möchtest du denn Flaschi haben? Und dann macht sie schon, äh, äh. Also soll ein Ja sein. Und dann hat sie das Fläschchen auch getrunken. Und ich persönlich empfinde das als perfekte Lösung, weil wir beide nicht gestresst waren. Wir hatten, äh, keine Probleme. Das hilft schon extrem viel. Ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, äh, eine Alternativ-, also eine Ersatzhandlung sozusagen, ähm, aufzunehmen und habe mir nicht einfach was weggenommen. Das funktioniert bei meinen Kindern einfach besser. Das war jetzt mal mein Update, äh, zum Stillen. Und, äh, ich bin gespannt. Äh, heute stille ich schon seit fünf Tagen nicht mehr. Und, äh, für mich ist das Thema jetzt eigentlich abgeschlossen. Ich habe zwar noch teilweise Milch, aber wirklich ganz wenig und ganz dünnflüssig und, äh, durchsichtig. Und, ja. Im Gegensatz dazu, beim Abstieg bei meinem Sohn, das war Anfang des Jahres 2015, war ich ein bisschen nervös und ich wollte ein, zwei Wochen, bevor ich wieder zum Arbeiten beginne, abstiehlen, um dann auch wieder durchzuschlafen, in der Hoffnung, dass er durchschläft, was alles nicht funktioniert hat. Und beim ersten Kind ist man auch extrem, äh, äh, ja, zuversichtlich. Äh, das hat nicht so gut funktioniert. Naja. Und, ähm, dann hatte ich eine schwere, äh, Brustentzündung auf der rechten Seite. Ich wusste aber zuerst gar nicht, dass eine Brustentzündung ist. Es war ein kleiner roter Fleck. Es war nichts hart, es hat nichts wehgetan. Es war so ein großer roter Fleck auf der Oberseite der Brust. Und, ja, innerhalb von 24 Stunden, nachdem ich den, äh, Fleck gesehen habe, das erste Mal, hatte ich plötzlich 40,2 Fieber. Und, äh, ganz, äh, extremen Schwindel. Und, äh, mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich hatte weder Schnupfen noch sonst irgendwas. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt so einen Fieber habe. Und dann, ähm, habe ich meine Gyn angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Es ist komisch, ja. Ähm, und sie hat gleich gefragt, haben sie irgendwo rote Flecken auf der Brust? Bla, bla, bla. Und ich habe gesagt, ja. Und sie so, ja, ist eine Brustentzündung. Und, äh, sie hat dann gemeint, jetzt abstellen, ganz schlechte Idee. Ähm, denn ich soll die Brustentzündung noch abwarten. Und das Kind abdringen lassen, damit es, damit der Stau sich einfach löst. Und dann natürlich diverse Tipps mit, ähm, heiß duschen, ausstreichen und nach, also am Ende nochmal kalt duschen. Et cetera, et cetera. Es hat alles gut gewirkt. Ähm, Topfen wird, glaube ich, keine gemacht. Ähm, war in dem Fall auch nicht nötig. Steht aber überall. Kann man gerne probieren. Ähm, ja. Ja, und, äh, am Ende, äh, des Tages hat mein Sohn zwar dann auch Fläschchen getrunken, aber mit so einem Stress verbunden, dass er sich von mir das Fläschchen einfach nicht geben lassen wollte. Ähm, ich weiß, ich war sauer auf mich. Keine Ahnung. Aber hat wirklich nicht gut funktioniert. Und dann hat mein Mann das übernommen und hat ihn abends, äh, ihm abends das Fläschchen gemacht. Ja, hat auch funktioniert, war aber wirklich mühsam. Und ich habe jetzt nicht empfunden, dass wir beide mit der Lösung einfach, ähm, gut zurechtgekommen sind. Und deswegen habe ich es auch diesmal nicht so gemacht. Diesmal hat es wirklich super funktioniert. Wir haben beide kein Problem damit. Und, äh, sie lässt sich das Fläschchen von mir geben. Sie lässt sich das Fläschchen von ihrem Papa geben. Ähm, der einzige Unterschied ist, sie hat jetzt untertags noch mehr Bedürfnis, bei mir zu sein. Das sehe ich nicht als problematisch. Das ist alles gut. Aber man merkt schon, dass sie bis jetzt, ähm, nachts mit dem Stillen sich sehr viel Körper, äh, Nähe gesucht hat. Und, dass sie, ähm, ja, dass sie sich einfach entspannt hat bei mir. Und jetzt sucht sie das untertags ein bisschen. Aber es ist, es ist voll angenehm. Also sie ist einfach nur kuschelig. Sie ist nicht ranzig oder ähnliches. Also damit, damit kann ich leben. Gut, das war jetzt mein Update zum Stillen, beziehungsweise zum Abstillen. Und, äh, ich freue mich, dass es für uns alle so ein gutes Abend ist. Gutes Ende genommen hat. Das ist sehr schade. Und ich habe ein bisschen ein, ein wehmütiges Gefühl. Aber, äh, ja. Es gehört dazu. Und ich finde es wunderschön, dass es, ähm, so entspannt zu Ende gegangen ist. Ich blicke positiv darauf zurück. Und, ja, falls ihr Fragen habt, äh, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wie lange habt ihr gestillt? Gab es Probleme beim Abstillen? Oder habt ihr, äh, das überhaupt anders gelöst? Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!